Herzlich Willkommen zu diesem ganz kurzen Video. Wir haben ja vor kurzem das Unboxing der LionCast Docking Station gemacht und da will ich jetzt gerne den Gewinner bekannt geben. Das Schöne ist, LionCast hat mir als kleines Dankeschön noch drei USB-C Kabel mit drei Meter Länge geschickt und davon will ich jetzt eines noch oben drauf geben. Den Gewinner blende ich jetzt hier ein. Lieber Zarak, melde dich bitte per Privatnachricht bei mir und wir tauschen die gültigen Daten aus. Ich möchte mich nochmal ganz lieb bedanken bei allen, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben, die fleißig kommentiert haben. Es waren extrem viele Aufrufe für ein Gewinnspiel auf meinem Kanal und das freut mich doch sehr, dass das bei euch gut angekommen ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video. Ciao!